Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Markgrafen von Meißen erbauten das Barockschloss 1230. Es liegt auf einem Berg in 60 Meter Höhe und im Tal liest der Fluss Chopau. Zu erwähnen wäre noch, im Museum des Schlosses kann man Sonderausstellungen bewundern, wie zum Beispiel die Planetenwelten oder die Ausstellung von Kostbarkeiten aus China und Japan, nur einige zu nennen. Also auch dort lohnt sich unbedingt ein Besuch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020